So, und damit hallo und herzlich zurück. Willkommen bei uns. Was war denn das jetzt? Herzlich? Hallo und herzlich willkommen zurück. Okay, es hat sich gerade irgendwie komisch angehört, als hättest du da irgendwie so ein Wort zwischendurch verschluckt. Keine Ahnung. Ihr werdet sehen, es ist ganz woanders, wo wir letztens aufgehört haben, aus einem ganz einfachen Grund. Wir wollten spielen, sind zwischendurch kurz rausgegangen, zwecks der... Was liegt da unter dem Boden? Äh, unter dem Bett? Ein Nachthemd. Achso. Genau, wir sind kurz rausgegangen, dann sind wir wieder reingegangen und wir haben aufgenommen. Man hat uns auch wunderbar verstanden. Aber es gab nur Stammbild. Ja. Das heißt, es ist wirklich nur ein einziges Bild und es passiert sonst gar nichts. Und deswegen, das tut uns echt wahnsinnig leid. Wir wissen nicht genau, wie das passieren konnte. Das muss irgendwie dann ein Fehler gewesen sein, ein technischer Fehler. Wir können euch nur so viel sagen, wir sind vor diesem Viech, das da im Wasser war, sind wir halt durch ein paar Zimmer weggelaufen. Ja, durch ein paar Türen, ja. Genau. Und dann sind wir in so einer großen Halle gelandet, wo mehrere Räume abgehen und haben halt herausgefunden, dass hier wohl mit Hunden, also vorwiegend mit Hunden, mit Tieren experimentiert wurden. Und das ist dann übergegangen mit Experimenten an Menschen. Sehr viel mehr ist bisher eigentlich nicht passiert. Ihr habt nicht allzu viel verpasst. Genau. Wir waren noch in einem Zimmer, wo wir so einen Bauplan für einen Aufzug entdeckt haben. Den müssen wir wohl wieder in Gang kriegen, aber da haben wir jetzt noch nichts weiter unternommen. Da seid ihr also von vornherein dann mit dabei, eine Zunderbüchse. Ich zeige euch gleich nochmal die Halle, weil ich spiele gerade und dann kann ich euch nochmal hier ein bisschen rumführen. Hier warst du, glaube ich, schon, gell? Mach ich jetzt nicht nochmal auf. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, woher du gekommen bist. Da bist du, glaube ich, hergekommen, ne? Aus der Halle. Ja. Okay, egal. Ich gehe gleich nochmal rein ins Zimmer, aber dann kann ich euch kurz die Halle zeigen. Ist natürlich ärgerlich und tut uns auch leid. Ja, es ist immer, irgendwie Probleme gibt es immer. Genau, das hier ist die Halle. Wir haben auch eine Dusche genommen in dem wunderschönen Brunnen. Ja, ich habe hier so eine schöne Brunne. Don't forget your bag, Daniel. Hi, Herbert. There is no shame in using a parasol in the desert. As it happens, it's imperative to your survival. But it looks ridiculous. The shame will hurt much less than dying, I assure you. Okay, das war vorher nicht. Okay. Ja, gut. Es gibt ja zwischendurch immer mal so neue Einblendungen. Also hier haben wir, wie gesagt, noch eine Dusche genommen unter dem wunderschönen, bizarren Brunnen. Ähm, aber gut. Und von da ohne sind wir gekommen. Es ging nur im Wasser durch mehrere Gänge und Türen, wo uns dieses Wasserwesen eben noch verfolgt hat. Da ist auch nicht viel passiert. Wir sind halt von einer Kiste zur anderen gesprochen. Genau, also es hat, es ist da wirklich nichts passiert, außer dass sich das durch mehrere Gänge gezogen hat. Ähm, genau. Äh, dort drüben waren wir schon drin, hier in der Tür. Da war jetzt eben das mit den Experimenten haben wir da rausgefunden. Und jetzt gehe ich hier nochmal kurz rein und schaue nochmal kurz mir die andere Tür an. Da war ich noch nicht drin. Also ihr habt jetzt nicht wirklich irgendwas Wichtiges verpasst. Also, die habe ich auch schon angeschaut. Also macht euch jetzt nicht so einen Kopf. Es ist scheiße, aber was soll man machen, gell? Uns ist Türklempfing eines defekten Schlosses. Aber guck mal die Memories. Äh, Memories sind hier, gell? Notizen? Ups, mein Gott, was soll ich jetzt machen? Was ist jetzt neu dazu gekommen? Ich glaube, bei den Mementos. Ähm, gib, genau. Ach, das Schloss ist defekte. Ich finde ja eine andere Möglichkeit, die Schranktür im Gästezimmer zu öffnen. Ich trete ja auf ein. Wo schaut man aus? Eine andere Möglichkeit soll wir finden. Naja, mit Gewalt kommt man doch immer weiter, oder? Oh, Samen kann ich nicht hin. Okay, nein Quatsch. Das war jetzt nur ein Spaß, seitdem ich jetzt gewohnt habe. Wenn das funktioniert hätte. Ähm, nee, wir gehen jetzt einfach mal raus in die Haupthalle, da kann man sich noch ein bisschen umschauen. Ich glaube, hier werden wir jetzt nichts finden, wo wir die Tür aufkriegen, weil hier hat sich die Melly schon umgeschaut gestern. Oder besser gesagt, halt im letzten Video. Deswegen gucken wir uns weiter in der Haupthalle rum, da gibt es noch ein paar schöne Türen. Zwei glaube ich mindestens noch. Gibt es hier noch eine? Genau, hier ist noch eine. Okay, die führt natürlich wieder noch tiefer rein ins Chaos. Das ist doch immer so. Das ist doch immer so. Lager. Lagerraum, okay. Sieht jetzt nicht so super sympathisch aus. Machen wir mal die Laterne kurz an, weil sonst kriegt er hier wieder einen halben Zusammenbruch. Und wir da was mit meinen Tos reingeschrieben. Die Dunkelheit im Lagerraum ist merkwürdig unnatürlich. Ach ja? Ja, aber es ist halt kein Licht da, ne? Ich finde, es ist eine ganz normale Dunkelheit. Also ich kann da jetzt irgendwie nichts erkennen gerade, was er da schon wieder erkennen kann. Ist schon wirklich immer sehr beeindruckend, wie er das analysieren kann. Unser Daniel. Gibt es hier irgendwas? Nein. Im Regal vielleicht. Nein. Ich beeile mich mal ein bisschen, weil... Ich will mich... Bitte, lass mich gehen. Ich will niemandem sagen. Ich versuche, ich will nur nach Hause gehen. Nein! Geh weg von mir! Geh mich allein! Okay. Ja, also er dreht schon wieder durch hier. So, gibt es hier irgendwas Spannendes? Da geht es noch weiter runter. Ja, da gibt es noch Blut am Boden. Auch sehr spannend. Dann schaue ich mir erstmal die andere Seite kurz an. Ich hoffe, da geht es auch noch weiter runter. Irgendwo musst du anfangen. Ja, irgendwo muss ich ja anfangen. Schon wieder so eine Art Weinkeller, ne? Ja, irgendwie ist hier... Wein ist ja mal hier voll, ne? Das Ventil ist zugerostet. Ich gehe mal davon aus, dass... Hörst du das Geweine auf? Ja, ich... Wolle gerade sagen, ich gehe mal davon aus, dass es irgendwie... Eine Zunderbüchse. Komm her, du kleine Süße. Etwas zum Lesen. Bezüglich explosiver Mischung. Alexander, ich habe den Sprengstoff vorbereitet, den du für den Ablasskanal brauchst. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, mit der Mischung vorsichtig umzugehen. Bitte versuch das auch deinen leichtsinnigen Lakaien beizubringen, bevor du deine Pläne in die Tat umsetzt. Die Flüssigkeiten selbst sind nicht explosiv und sollten voneinander getrennt aufbewahrt werden, um weitere Unglücke zu vermeiden. Wieso, wenn sie selbst nicht explosiv sind? Naja, Sicherheit geht vor. Im Raum nebenan habe ich zwei große Fässer dafür vorbereitet. Alles, was du tun musst, ist die Flüssigkeiten zu mischen. Agrippa. Naja, das werden wir bestimmt dann noch tun dürfen. Vielleicht. Immer wenn ich diesen Namen Agrippa lese, muss ich immer an Grappa denken. Mhm. So, und wenn ihr jetzt wisst, was Grappa ist, bitte ab in die Kommentare. Ab in die Kommentare, genau. Die kann man nicht aufmachen hier, oder? Nee, ist nur eine Kiste, normale. Hier sind wir, glaube ich, reingekommen. Ich muss man ja mit einbinden, ihr seid eine sehr schreibfaule Community zu sein. Ja, bisher schreibt ihr wenig, was Kommentare angeht, aber... Na, manche schreiben ja, worüber wir uns dann echt immer sehr freuen. Und ich versuche eigentlich auch immer zu antworten. Teil eines Bohrers. Sehr gut, sehr gut. Rede ruhig weiter. Lass dir nichts. Aber so an sich, äh, eher so ein bisschen, wie man es so schön entschreibt, Paul. Ein bisschen zurückhaltend, ja. Aber ich bin mir sicher, das kriegen wir alles hin. Hier, war ich hier schon? Nee, war ich auch noch nicht drin. Aha. Eine Kurve. Noch. Die will nicht. Teil eines Bohrers. Kann da kombiniert werden. Ah, okay, dann, 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 mach mal. Kombinieren wir den mal. Ach so. Ja, dann sagt es doch nicht jetzt schon, dann sagt es doch erst am Frust. Ja, aber wirklich. Dumme Sau. So. Dann lass mal die Zonderbuchse mit, oh, äh, Büchse. Also, mit deiner Buchse, ey. Einmal im Let's Play muss ich ja wirklich immer Buchse sagen, irgendwie, ne? Das macht das übrigens nicht mit Absicht. Ich bin einfach zu blöd. Ist das, weil du aus dem Osten kommst? Sagt man das da so? Nein. Sag keine, ich sag nichts von der Buchse. Naja, weiß ich doch nicht. Ich sag das ja nie. Ich kenn das Wort auch nicht so direkt, ey. Man selber. Ich vertu mich hier irgendwie nur immer, das ist, äh, es hat nichts mit dem Osten zu tun. So, ähm. Noch was Interessantes hier. Kann man die auch machen. Ja. Oder? Ne, es sieht ja so aus, könnte man sich gerade, ne. Ja, oha. Joi. Öl. Zunderbüchse, ne. Und hier unseren Haltrang wieder. Lauter Ahnung, wie das heißt. Lauter Ahnung. Passt. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schaut's mal mal. Ups. Gottes Willen, was habe ich denn jetzt? Was tust du? Wir klicken, um zum Spiel zurückzukehren. Oh, Ben! Wahnsinn. Ey, wenn er jetzt nicht weiter aufnimmt, schlag ich dich. Ach, der wird schon auf. Das sichere ich mir dann nicht. Ach, alles gut. Wo wollte ich denn jetzt hin? Ja, man kommt irgendwie schnell mal auf ne falsche Taste und dann ist man wieder im Steam-Scheiß drin hier. Okay, wo bin ich denn jetzt hergekommen? Ich möchte gerne wieder zurück, aber ich bei den ganzen Türwirrwarr hier. Machen wir, arbeiten wir uns einfach mal vor hier. Immer die gleichen Türen. Bleibt er nur hier, genau. So. Dahin ging es noch runter, gell? Hier sind wir, glaube ich, hergekommen. Ja, hier sind wir hergekommen. Genau, alles klar. Sind wir wieder drin. Dann gehen wir einmal hier. Waren wir hier schon? Keine Ahnung. Nein, hier waren wir noch nicht. Warte mal, schau mal an der Wand oben, hängt da nicht was? Nee. Da hängt gar nichts. Oh. Kann man jetzt den Bohrer zusammensetzen? Nee, oder? Was ist denn nun? Jetzt verkehrt. Was machen wir denn jetzt? Oh, scheiße. Oh, oh. Du hast uns. Wir sind nicht da. 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 Jetzt bringen wir uns nicht um. Wir sind nicht da. Scheiße. Scheiße. Ihhh. 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 Was bist du? Ihhh. Um Gottes Willen. Oh, wir bluten. Oh Gott. Ich verblute. Und es läuft doch. Oh, ich habe Schmerzen. Au. Fuck. Schon wieder? Was machst du denn du die ganze Zeit? Das gibt es doch gar nicht, Herder. Warte ich nicht zu weit. Wie warte ich nicht zu weit? Was ist das denn? Wie warte ich nicht zu weit? Ich muss doch hier erkunden. Was heißen hier? Warte ich nicht zu weit. Scheiße. Sollen wir jetzt? Wöp. Ja. Was haben wir denn jetzt? Die Sachen haben wir alle noch. Das ist derselbe Raum. Schon, ne? Das ist derselbe Raum. Okay, gut. Zum Glück. Also das finde ich gut an dem Spiel, dass man wirklich da weitermacht, wo man aufhört. Ja, wir hatten ja schon einige Spiele, wo das nicht der Fall war, ne? Ja. Wo war das letztens? Äh, Death Park. Wenn ihr das noch nicht geguckt habt. Von Bleistift oder Pacify. Ja, wenn ihr das noch nicht geguckt habt, dann schaut uns doch. Schaut doch gerne mal in den Kanal nach. Hat auch sehr viel Spaß noch. Was war das? Ich weiß nicht, irgendwo spuckt der hier wieder rum. Was ist denn hier mit dem verkehrt, Alter? Geh weg. Geh weg. Du bist eklig. Ih, Ih, geh weg. Ich geh mal ein bisschen tiefer rein, ne? Warum komm ich jetzt kein Licht mehr? Weil dein Ding leer gegangen ist. Oh, Scheiße. Gott, ich sehe einfach gar nichts mehr, Alter. Ja, weil... Ohne Laterne. Ah! Was ist denn? Das ist ganz schön... Aua! Aua. Okay, also wegrennen ist nicht so, weil der ist zu schnell. Was heißt, wag dich nicht zu weit? Dürfen wir hier noch nicht runter, oder was? Hat der ein Problem, wenn wir uns hier aufhalten? Ja, aber das Ding ist ja, wir sind in dem Raum. Und wir kommen ja nicht mal mehr raus, denn da ist er ja schon. Okay, wir können ja rausschleichen. Vielleicht. Können wir das kombinieren jetzt, oder? Jawohl. Ein kleiner Tischlerbohrer. Okay. Süß. Okay, den werden wir irgendwie noch brauchen. Aber wie geht's uns denn eigentlich? Einige Schnittwohnungen, blaue Flecken, der Kopf drüben, die Hände zittern, ja, wie immer. Hat sich ja nichts verändert. Äh, was sagt der, der, die Uhr eigentlich? Ähm. Also, ich glaube, dass wir noch mal gesagt haben. Oh, scheiß. Ja, dann noch viel mehr. Geh da mal wieder rein. Das blöde Mumienverschnitt da, alter. Der geht mir ja voll auf den Sack. Ihhh, Ihhh, Ihhh. Oh Gott, das ist so ekelhaft. Jetzt kommen wir auf den Sukkotor, gelten. Uah, free. Ekelhaft, das ist ein bisschen viel. Seht der uns hier, oder? Wo bist du? Da ist er. Ach, der läuft im Kreis, ne? Hat er uns gesehen? Ne, ich glaube nicht. Ich versuche jetzt mal hier runter zu rennen, schnell. Ah nein, das war die falsche Seite. Ach, fuck. Das war auch noch die falsche Seite. Hä? Oh, scheiß, die waren dann. Jetzt bin ich auch noch voll in die Arme gelaufen. Lass es raus, lass es raus. Okay. Ein bisschen, äh, ein bisschen verwirrt war ich jetzt gerade. Ich geh jetzt kurz raus, geh nochmal rein. Ich war jetzt irgendwie ein bisschen, meine Orientierung war jetzt gerade noch leicht gestört. Ja, geht, geh mal rein. Och. Wollen wir Ihnen vielleicht kurz mal hier einen geistigen, eine geistige Erholung geben? Vielleicht geht es uns dann gleich ein bisschen besser. Ich hätte auch gerne einen geistigen Zustand, das ist nicht mehr beschreibbar. Ah. Ja gut, das hilft ja nicht gegen den geistigen Zustand, da hilft nur Licht. Oder einfach mal einen ordentlichen Schlagen mit der Brechstange. Oder so eine schöne... Gut, wir haben aber wieder 15 Zunderbüchsen, das ist super, weil dann können wir wieder ein bisschen anzünden. Oder so eine schöne Globalfunktion könnte auch helfen. Lagerraum, gehen wir nochmal rein. Oder muss ich, muss ich schon Pause machen? Nein. Wir können auch mal probieren durchzupacken. Ich mag da nicht unbedingt reingehen. Also wenn das jetzt mit diesem Typen da ist, ist das dann gerne du noch machen, wenn du da so geil darauf bist. Weil ich muss das jetzt nicht unbedingt haben. Ich bin da nicht so scharf, darauf mit diesem Typen da anzubauen. Das war doch hier direkt geradeaus, ne? Ja, genau. Kommt der von da unten oder ist jetzt die Frage? Ich zünde hier unten mal eine Kerze an. Ich gehe unten. Achso, hier unten geht es ja nicht weiter, stimmt. Ja, aber hier gibt es, wir holen uns zumindest die verschwendete Zunderbüchse. Stimmt, das habe ich vorhin in der Eile gar nicht gesehen. Hätte ich da ein bisschen mehr aufgepasst, dann wäre ich hier gar nicht mehr runter. Also hier gibt es quasi gerade im Moment nichts. Mit dem Bohrer können wir das Schloss vielleicht anbohren. Das könnte es sein, ja. Gehst du dann bitte noch raus, damit ich das nicht machen muss? Ja, ja. Wird wieder hoch, ganz gechillt. Ich habe dieses Viech, macht mir so, dieses Mumien-Teil, da macht mir so ein bisschen Angst. Achso. Alles gut. Da haben wir schon viel, viel schlimmeres Spiel gehabt. Gut, ich gehe nochmal in dieses Zimmer. Vielleicht kann ich dann sogar das Schloss kurz aufbohren. Das interessiert mich jetzt einfach noch schnell. In diesem Video nehmen wir das noch schnell mit. Als Entschädigung. Man sollte halt auch ziehen. Also Entschädigung für die letzten zwei fehlenden Videos für euch, ne? Na, heute ein bisschen länger. Zwar mit mir. So, Gästezimmer. Gut, probieren wir mal unsere Theorie aus. Deine Theorie. Meine Theorie. Hm. Schade. Schade. Okay. Wir haben ja noch ein anderes Zimmer. Das macht die Melly dann im nächsten Teil. Ich gehe jetzt noch raus hier. Und dann bringe ich sie schon mal dahin, wo wir nachher hin müssen. Und dann probieren wir unser Glück beim nächsten Mal. Okay. Okay. Also, dann warten wir hier vor dieser schönen Kulisse. Machen erstmal Schluss für heute. Für dieses Video. Und sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt uns, wie gesagt, gerne Kommentare. Wünsche, Lob, Kritik, Anregungen. Alles gerne willkommen. Ähm, ja. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin.